ich habe den fetten abgeschossen was bin ich so brenn ich erinnter mir kämpfen ja ein zuckerschlecken und die sind da oben drauf schon wieder ziegelei ja fliegenpitch meine ich ford kam ich schon wieder jetzt schießen sie rechts das ist tot was bin ich so brenn ich war dann feuer scheiße so 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 hinter mir kämpfen sie die typen ja ich höre es jetzt da vorne ich schon ein wenn es tot hier ach der andere ist dann der ist auch da drin ok ich auch durch das schönes ding wie sie sich auf einmal eingeschlichen hatten die schelme ach so ja da liegt er draußen da ach ne da auf dem berg da so du kannst ja fröhlich looten und mit rausnehmen wobei ja alter das war ja ein zuckerschlecken und hier ist noch munition oh oh ist das was das gehört da hat jemand eine drin gelorfen mhm ab hier vorne War das weit weg? Ich bin nicht so weit weg. Okay. Die sind schon bei der Getreide. Ja, da draußen auf dem Holz steht. Laufen sie? Ja, ich habe was gehört. Ich komme jetzt hier rein. Okay. Oh, die sind da oben drauf. Da oben. Einer ist links davon. Auf den Hit? Alter, das hätte doch ein Headshot sein müssen. Der andere, der ist auch da. Ah, fuck. Der hat mich geholfen. Oh. Der will gerade sein Kumpel retten wahrscheinlich. Nee, der kommt zu dir. Pass auf, sein Partner hat er nicht. Hä? Ich habe die doch alle umgenietet, Alter. Ach, der hat den wieder hochgeholt wahrscheinlich. Ja. Pass auf, der guckt. Ist der gut? Oh. Ey, du bist tot oder was? Ja, der hat mich gewischt. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Auf der Rätsel. Oder nicht. Ach, der ist tot. Der ist in seiner eigenen Haltbombe verringert. Zu geil. Oh, Mann. Oh, ist das geil. Wie gut. Oh ja, ich hatte nur noch ein Säte. Jetzt brauche ich ja Munition. Ach, ich hatte ja meine Kiste, die hätte ich hinstellen können. Hat er den da wieder aufgehoben? Ich fasse es ja nicht. Na gut, als ich mich unten verbunden hatte, hat er genug Zeit gehabt. Hier ist Medikit, falls du brauchst. Ja. Ach, da hinten ist noch ein Munitionskiste. Okay, er muss doch hier irgendwo liegen. Wir müssen da bei der Treppe liegen. Ja. Ach, hier unten. Ich bin aber ganz schön weit gekommen. Ja. Spanische Flucht. Hier ist noch Munition. Hier ist noch Munition. Ach, beide. Beide Bosse sind schon verbrannt. Ja. Oh, hier ist auch noch Munition. Ach, die sind beide mit Yambon wieder hinten. Auf der Map siehst du halt zwei Blitzgruppen. Einmal im Norden und einmal im Osten. Ach so. Ne, doch zum Ausgang. Wo gehen wir jetzt hin? Also, Richtung Osten. Ich glaube, die kriegen wir nicht mehr. Aber die anderen Norden, die kommen runter. Ja. Aber die im Osten bekämpfen sich noch mit irgendjemandem. Ich glaube, die schießen einfach nur Mobs tot. Meinst du? Ja, es kann sein. Norden wird jetzt auch geballert. Ja. Ja. Oh, die sind gar nicht mehr so weit weg. Das sind vorne irgendwo. Okay. Hier ist noch so ein... Oh, ja, ich sehe an der Hände. Die laufen beide da hinten. Ah, sehr schön. Unter dem Maisfeld. Ja. Nach links. Ich glaube, einer von den beiden hat Fächern drin. Ja. Hat die so noch blitzen da hinten. Oh, ja. Alter, ist da noch ne Hals. Die ist auch abgestoffen. Da schießt schon einer. Ich bin mal hier so zwischen dir und Fort Karmik. Ach, die waren beide Eisendüchter raus. Ach so. Diese Schlawiner. Deswegen laufen die Sonnenbogen. Ach, Mann. Oh, fuck. Nein, da geht's gut. Hm. Ich habe den fetten abgeschossen. Na ja, wir können ja auch nicht jeden umbringen. Oh, wenn beide Teams so an der Kremlern waren. Mhm. Jetzt ist es mal entscheidend, welchen wirklich nicht folgen wir jetzt. Ja. Ich habe mal gesehen, wie du hinten runtergerutscht bist am Boot. Drei Jäger getötet bloß. Du hast einen von der Börser Eingleich mit der Winfield umgenietet. Seinen Partner habe ich draußen erschossen. Dann habe ich doch da oben einen auf diesem Ding. Schon wurde die zu zweit. Dachte ich mir, hätte ich einen erschossen. Mit meinem wilden, gefuchtelten Darm-Dakt-Macher. Bis zum nächsten Mal.